Herzlich willkommen in der Fleischerei Grabau. Seit 2000 ist die Fleischerei in der Burgfelder Heerstraße 49 in Bremen in den Händen von Fleischermeister Stefan und Yvonne Grabau. Als modernes Fleischereifachgeschäft mit langjähriger Erfahrung und dem Bewusstsein für die Verantwortung gegenüber den Kunden, mit angeschlossenem Partyservice und heißer Theke, werden Ihnen hier ausgesucht die Fleischspezialitäten und hausgemachte Wurstwaren, die sich durch qualitativ hochwertige und sorgfältige Verarbeitung auszeichnen angeboten. Bei allen persönlichen und geschäftlichen Anlässen wie Partys, Empfängen, Jubiläen, Familienfeiern, Arbeitsessen, Betriebsfeste und so weiter kümmert sich das Team der Fleischerei gerne um ihr leibliches Wohl und berät sie gern persönlich und individuell. Hier ein kleiner Einblick in das Sortiment und die Leistungen, hausgemachte Wurstwaren und Salate, heiße Theke, täglich wechseln der Mittagstisch, zusätzlich freitags heißer Braten, zum Beispiel Krusten- und Spießbraten, Partyservice zum Beispiel mit Spanferkel, Schwenkgrill und verschiedenen Variationen, Ausrichtung von Events und Veranstaltungen, auch mit Geschirr, Getränken und Bestuhlung, kalte und warme Platten, Grillspezialitäten, Lieferung von Firmenessen, und natürlich auch viele selbst erzeugte Fleisch, Wurst- und Salatprodukte. Wenn Sie auf der Suche nach einer gut ausgestatteten Fleischerei sind, kommen Sie einfach vorbei. Das Team der Fleischerei Grabau freut sich auf Sie.